Warum also, meine Damen und Herren, ist Liebe, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wissen Sie, woran das liegt? Es liegt an die Frauen. Ja, natürlich, an die Frauen. Und natürlich auch an die Männer, nicht? Obwohl der Unterschied oft noch verschwindend klein ist. Besonders bei den Männern, nicht? Aber die Frauen haben sich auch daran gewöhnt, sich an die kleinen Dinge des Lebens zu erfreuen, nicht? Ja, es ist wahr. Schauen Sie, junge Mann, ein vorgetäuschter Orgasmus ist doch besser als gar keiner, nicht? Oder glauben Sie, es macht Ihre bildhübsche Partnerin Spaß, so zu steunen? Das ist anstrengend. Das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.